Auf dem Helmshegerberg befindet sich die Greifswalder Automeile. Das Autohaus Mercedes Brinkmann hat in den vergangenen Monaten das eigene Haus umgebaut und auf dem nebenan befindlichen Gelände vier hochmoderne Waschboxen installiert. Diese bieten den Nutzerinnen und Nutzern eine Vielzahl an Möglichkeiten. PKWs und Kleintransporter können hier ab sofort ganz individuell gereinigt werden. Der hat umfangreiche Möglichkeiten natürlich in den einzelnen Waschboxen. Zum einen ist es eine Besonderheit, dass wir hier einen Freiwaschplatz haben. Also ich habe ein höheres Fahrzeug, einen Transporter mit besonderen Aufbauten, mit vier Meter Höhe zum Beispiel. Der kann hier den Freiwaschplatz nutzen und dort auch richtig reinigen. Die anderen Waschboxen aber inklusive dem Freiwaschplatz sind bestückt mit den modernsten Waschanlagen von der Firma Christ. Also da sind wir auch einzigartig auch in MV und haben hier die modernsten Reinigungsanlagen und auch Flüssigkeiten verwendet. Also von dieser sogenannten Bubble Foam Gun, um das Fahrzeug hier richtig die Vorverschmutzung zu lösen. Ich kann sieben Programme wählen, mit denen ich das Fahrzeug reinigen kann. Um den Lack zu pflegen und Kalkflecken keine Chance zu geben, werden hier besondere Technologien genutzt. Das Wasser wird über eine Solaranlage vorgewärmt und mittels einer in den Kreislauf eingebauten Osmoseanlage enthärtet. Die Frischwasserzufuhr wurde mit der eingebauten Wasseraufbereitungsanlage auf ein absolutes Minimum reduziert. Autowaschen ist bei Brinkmann also auch klimafreundlich. Damit nicht genug, das monetäre Thema wurde ebenfalls geupgradet. Ja, das Bezahlen ist eigentlich relativ einfach. Wir können an jeder einzelnen Waschbox können wir individuell mit einer Kreditkarte oder mit einer EC-Karte bezahlen. Wir können aber auch am Kassenautomat eine sogenannte Wertmarke kaufen, einmalig für zwei Euro. Und die kann man dann für die Vielwäsche jederzeit immer wieder natürlich aufladen mit Münzgeld und oder aber auch mit einer EC-Karte. Nerviges Kleingeld sammeln ist also überflüssig. Wer dennoch ein bisschen Geklimper in der Tasche hören möchte, kommt nicht zu kurz. Wir haben sonst eben die Wahl auch eben nach Jetons, wenn einer eben verschiedene Zeitslots haben möchte, dass er dann einfach die Jetons nutzt für zwei Reinigungsstufen anstatt von sieben. Auch die bekomme ich am Kassenautomat. Das gleiche gilt natürlich auch für unsere Saugstationen. Da haben wir Staubsauger und auch Luftpistolen, um irgendwas im Innenraum, in den Luftduschen etc. trocken zu pusten. Aber auch natürlich bei unserem ganz besonderen Mattenreiniger, auch da kann man Jetons und aber auch mit den Karten bezahlen. Im Übrigen ist es hier rund um die Uhr für Sie möglich, Ihr Schmuckstück zum Glänzen zu bringen. Außer angesetzlichen Feiertagen können sich Nachtschwärmerinnen und Schwärmer mit den Schläuchen im Diskolicht austoben. Bereits jetzt hat die Anlage wegen der modernen Lichtinstallation den Spitznamen Waschwegas bekommen. Im Licht der Scheinwerfer können Sie in der neuen Anlage von Mercedes Brinkmann ausprobieren, wie viel Spaß Sauberkeit machen kann.